NewColorLine 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 ist einfach der Hammer. Bereits in den ersten drei Modulen habe ich die Basis des Schminkens kennengelernt. Angefangen über verschiedene Produkte, über anatomisch korrekte Schminken mit allen Gesichtskorrekturen bis hin zu den verschiedenen Farben- und Stiltypen. Aktuelle Trends haben im Räumer wieder nachgeschminkt. Auch als gelehrte Coiffeuse konnte ich sehr viel Neues beim Haarstyling dazulernen. Es ist halt schon etwas anderes für einen Film oder ein Foto zu frisieren als in einem Coiffeursalon. Ich bin froh, dass wir auch auf die Zeit nach der Schule vorbereitet wurden. So haben wir gelernt, was man bei einem Vorstellungsgespräch schauen und was beachten ist, wenn man sich selbstständig machen möchte. So erleichtert das einen der Einstieg in die Berufswelt. Eine schöne Abwechslung war das Facepainting. Dort konnte man seinen fantasiefreien Lauf nehmen. Und was auch sehr spannend war, war das Schminken für den Fashionbereich. Dort konnte man so richtig Gas geben. Bei Modul 7 haben wir Special Effects mit Verletzungen gelernt, die man dann im Film braucht. Und was ganz cool war, wir sind ins Fernsehstudio gegangen und haben gegenseitiges Moderations- und Haarstyling machen dürfen. Der Kameramann hat uns dann gefilmt und so konnten wir unsere Werke am Bildschirm kontrollieren. Nicht nur für Farbbilder, sondern auch für das Schwarz-Weiss-Foto haben wir gelernt zu schminken. Es war spannend zu sehen, was die einzelnen Farben in Schwarz-Weiss bewirken. Dann war es endlich so. Ich durfte 6 Shootings machen und durfte meine eigenen Ideen verwirklichen. So habe ich wunderschöne Bilder, die ich für meine Bewerbungsunterlagen brauche. Die Ausbildung von NewColorLine ist einfach der Hammer. Ich kann sie wirklich nur weiterempfehlen. Informiert jetzt über die neuen Kursdaten auf NewColorLine.ch Wie ist die solche Reaktion? Willkommen mit einem Ihren Kursdaten? Wie ist die Reaktion? Das ist die Reaktion. Ich bin momentan, weil ich die Reaktion von mir am Ende des Lebensmittels und auf scholen. mit einem Menschen brauchen. Ibn Mann.